Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge MinnoKropft Masterbuilders mit Paletten und dem Begriff Wikinger. Ich bin ein toller Wikinger. Hast du da tolle Ideen für mich, die du mir jetzt direkt sagen kannst, Biete? Natürlich. Unter anderem einen roten Rauschebart. Ah, stimmt. Das ist echt... Genau, den Bart hätte ich fast vergessen. Ja, so Wikinger haben immer... Ja, da denke ich immer an den... Ähm, ähm, Vicky. Hey, Vicky, hey. Hey, hey, Vicky. Halalala. Hey, hey, Vicky. War dich nie gut. Keine Ahnung. Ich auch nicht. War überhaupt nicht meins. Ach, Mann, ey. Also die typischen Farben sind mir gerade auch gar nicht so bewusst. Ja, Braun. Ja, Braun habe ich gerade auch, genau. Nachmacher. Nachmacher, Junge. Halt dich mal zusammen oder ich schlag dich zusammen. Warum denn? Warum, mein Fan? Ja, einfach so. Du hast es mal richtig verdient. Habe ich gar nicht. Okay. Ich bin schon wieder maßlos überfordert. Nein, Manu, du musst an ich glauben, Alter. Nee, glaube ich aber nicht. Kleine Honig-Schnut. Ach, was? Ah. Ich habe ein Problem. Ich habe mein Ding ein bisschen zu blöd gebaut. Ach, das kennen wir doch von dir. Was? Was? What the fuck? Ah, scheiße. Ich dachte, das wirkt dann dreidimensional, aber er wirkt einfach nur fett. Ach, Mann, ey, du fette Schwein. Aber Wikinger sind ja auch immer ein bisschen dick. Ja, ja. Das ist jetzt auch die Plauze. Hast du dich mal einen Fasching als Wikinger verkleidert, Mann? Nein. Nicht? Junge, ich war mal ein Power Ranger. Das war cool. Ein Poveringer? Ja. Das war mega nice. Ich habe meine Mutter das Kostüm selbst genäht mit meiner Oma zusammen. Junge, ich war der coolste Power Ranger. Okay, mein Cousin war auch noch ein Power Ranger, aber ich war der weiße Power Ranger, Junge. Du warst der coole von den beiden. Ich war der coole Power Ranger, aber sowas von. Mann, das wirkt doch alles nicht wie... Ach, komm, leck mich doch am. Ja, ganz zufrieden bin ich jetzt nicht. Perfekt. Perfekt. Ja. Ach. Das ist... Nee. 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 Mann. Das sieht so scheiße aus. Ein Schiff. Ein Schiff. Ja, so ein Wikinger. Kannst du halt sagen, es ist ein Wikinger-Schiff. Aber ist das ein typisches Wikinger-Schiff? Keine Ahnung. Keine Ahnung, Junge. Es ist ein Schiff, kriegt ein Mäh für die schlechte Idee. Ich weiß auch nicht so ein... Oh. Oh. Der ist gar nicht so schlecht. Ja. Der kommt von mir ein It's Okay. Kein Gut. Gib mal ein Gut. Das finde ich. Echt? Ja. Das ist mein Bart. Ich finde den echt nicht schlecht. Ja, ich hab mich leider wieder zu sehr auf andere Sachen dann am Ende konzentriert. Oh. Hier mit der norwegischen Flagge oder sowas. Das finde ich schon besser. Finde ich schon besser als ein It's Okay. Und? Das ist Paluten. Ja, das ist Paluten. Ja. Nein, das spreche ich nicht. Der sieht aber cool aus. Der erinnert mich an ein Vieh aus Ni No Kuni. Ja. Blende dich einfach mal ein. Blende dich einfach mal ein, Leute. Das ist echt schön. Weißt du noch nicht, was du da für eine Waffe hatte, aber naja. Das sieht... Ja, aber es ist wieder so ein großes... Ja, It's Okay. Kriegt von mir trotzdem noch ein... Ja, ich würde sagen. Dory war so aufgeregt und am Zitteln. Von der Kongrafterin. Uh, ist es seine Freundin? Ah, geil doch. Oh, Alter. Das könnte einer sein mit dem Gesicht. Aber wieder zu eindimensional. Und ich erkenne da gar keinen Wikinger drin. Nicht mal ansatzweise. Ja, ein Pirat. Beim Piraten würde ich sagen, das ist... Das wäre ein Pirat. Das finde ich aber trotzdem meh. Ich erkenne da keinen Wikinger drin. Gar nicht. Ja, ein Wikinger leider auch nicht. Row, row, row your boat gently down the street. Story ist leider nur ein Mäh, 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 Mäh. Obwohl, wenn man da einen Wikinger baut, ist es natürlich auch schon sehr vorhersehbar. Aber was würdest du auch sonst machen, wenn da Wikinger steht, ne? Das ist deiner. Ach, guck mal. Nee, das ist nicht meiner. Ich erkenne da... Tut mir leid, Palut. Ich erkenne da keinen Wikinger drin. Das ist kein Wikinger. Es kriegt direkt von mir ein... Mäh. Oh. Es ist okay dafür? Bob und Fio-Banane. Der guckt aber wie deiner. Oh, wer bist du denn? Sorry, aber das ist... Hä? Rot? Ah, da haben wir deinen. Ich muss aber sagen, den erkenne ich direkt als Wikinger. Ich weiß nicht warum. Ist ein Toll. Doch, ne, krieg von mir ein Gut. Das ist, glaube ich, das Beste, was ich bisher gesehen habe. Neben meinem natürlich. Ich glaube aber, du gewinnst. Oh, wer bist du denn, Alter? Kracolon, ey. Ich muss dem aber ein Okay geben, weil ich da mehr... Nee, nee. Tut mir leid. Ich erkenne da mehr einen Wikinger drin. Nee, das ist... Nee. Ich wollte erst, weil das mehr nach einem Wikinger aussieht als bei den anderen, aber im Endeffekt ist der echt... Nee. Okay, auch einfarbig der Körper und... Ach, keine Ahnung. Ja, das ist jetzt nicht so. Das ist gewonnen. Ja, dachte ich mir schon. Ich bin direkt... Ach, Mann. Oh, Mann. Ja, guck mal, das ist wieder so richtig schön simpel gehalten. Da hast du dich nur auf... Genau, vielleicht soll ich auch mal aufhören, immer den kompletten Körper malen zu wollen. Ja, ich habe auch am Anfang einen Körper gebaut und dann... Das frisst so viel Zeit. Oh, eine Katze. Eine Mietze-Mietze-Katze. Eine Muschikatze. Eine Muschikatze. Oh, ja, Katze. Ja, ja. Oh, nee. Das ist definitiv kein Begriff für mich. Ich muss sagen, ich bin hier auch gerade ordentlich am... Am Struggeln? Am Struggeln. Mega am Struggeln. Ah, das kenne ich. Ich fühle da mit dir. Ich fühle da mit dir. Ich habe so... Es sieht so... Wie tat es aus? Ja. Aber sowas von... Aufgrund von Rekonstruktionen hat meine Katze irgendwie bis dato nur zwei Beine. Oh. Oh, nein. Der Argo. Ja, aber es kann ja auch eine Katze sein, die man aus dem Tierheim gerettet hat. Die halt irgendwie angefahren wurde. Ach, genau. Red's dir noch schön. Ja, was denn? Ich mache halt eine Background-Story zu meiner Katze. Ja, komm, Alter. Weißt du, stell die wieder als Samariter hier hin. Zwei und vierzig... Lol. Oh, ist die süß. Ist die putzig. Ne, jetzt ernsthaft. Die ist echt geil, oh. Scheiße, den... Oh, das sehe ich jetzt. Es tut mir leid. Den Kopf hätte ich dicker machen sollen. Das ist meine. Das ist nicht deine. Das ist meine. Ich habe die Ohren vergessen. Ja, das ist nicht so. It's okay. Sorry. Die Katze, Junge. Was ist das? Cat. Cat ohne. Also, das sieht ja mal wohl super süß aus. Es sieht auch süß aus. Es ist eine kleine, smarte, süße. Was hast du gegeben? It's okay. Okay, genau. Dann muss der aber mal einen. Ja, das... Ja, eben. Was ist das für eine Missgeburt aus der Erde, Alter? Alter, vor allem mit dem Auge hier. Du musstest mir das mal in echt vorstellen. Der kann ja von da links gucken und nach vorne. Oh, Mann. Hier schreibt man ja. Ja, das ist mein Eiserbleeding. Oh, Leute. Oh, Mann. Junge, weil er so einen riesen Körper gebaut hat. Meins hätte nicht zuallererst kommen dürfen. Das ist richtig dumm. Weil jetzt denken die, okay, das kann man mal so bewerten, wie man will. Weißt du, werden jetzt erst die Beschissenen gekommen, Alter. Die ist doch geiler. Sieh. Aber die kriegt... Weil ich habe den nun ins Okay gegeben. Dann muss ich den leider... Ich weiß nicht. Gut. Gib dem auch ein ins Okay. Echt? Ja. Ich weiß nicht. Das ist halt... So das Pink. Ja, ja. Das passt natürlich. Alter. Oh Gott. Junge. Die hat eine Zahnspange, die Katze. Ja. Brauchen... Die Katze brauchen eine Zahnspange, was? Du, du siehst hier die Scheiße, die die gemacht haben und denkst... Ja, Alter, lol. Lol. Das ist so dumm. Das ist so eine... Scheiße, der Erste zu sein. Wäre ich zumindest der Dritte gewesen. Ja. Das wäre etwas ganz anderes, ey. Das wäre etwas ganz anderes, ey. Alter, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Das hätte ich halt auch niemals als eine Katze erkannt, muss ich zugeben. Ja, doch, die Schnurrhaare... Ja, die... Ja, wie groß sind die denn? Oh Mann! Aber der eine meiner... Sieht aus wie ein Hund. Oh. Junge, was denn? Siehst du das... Nee, guck dir erst mal das Gesicht. Ja, nee, das Gesicht, das zerstört auch alles für mich. Es sieht aus wie ein Roboter. Ne? Von vorne auf jeden Fall. Junge, einfach als hätte das Ding... Der Körper ist nice eigentlich. Aber der Kopf zerstört für mich alles. Oh, von wem ist das denn? Das finde ich eigentlich... Der Körper ist aber ein bisschen krüppelig. Ja, aber das ist halt so Katzen... Ich gebe dem ein Gut. Das ist deins. Naja, jetzt hätte ich auch ein Gut. Krass, hätte ich eigentlich auch ein Gut gegeben. Ach, Mann! Man denkt immer, man sieht deins. Und dann kommt das und dann denkst du, ja, okay. Ja, kriegt ein Gut. Das kriegt ein Gut. Finde ich echt süß. Dieser Mund, ey. Oh! Also wenn ich nicht in den... Ja, das wollte ich auch noch am Ende bauen. Aber dann hatte ich keine Zeit mehr. Ja, das muss irgendwie... Es ist schlicht, aber irgendwie dieses... Dieses mit dem Wasser finde ich irgendwie gut. Ja, ach schade, Mann. Das hätte ich auch noch so gerne gebaut. Kriegt aber ein Gut von mir. Ich habe dem sogar ein Amazing gegeben. Was? Okay. Ja, weil es einfach so ein bisschen... Also, ich bin hoffentlich in den Top 3. die Leute werden jetzt wahrscheinlich denken, das Video ist abgehackt, aber fickt euch doch alle.